Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen bei Tagesschau 24. Russlandskrieg gegen die Ukraine geht weiter. Es ist Tag 6 und wir möchten Sie zunächst mal auf den neuesten Stand bringen, wie sich die Lage über Nacht entwickelt hat. Klar ist erstmal, die russische Armee rückt weiter in Richtung Kiew vor. Neue Satellitenbilder zeigen einen mehr als 64 Kilometer langen Militärkonvoi nördlich der ukrainischen Hauptstadt. Die Armee gab an, mehrere russische Kampfflugzeuge abgeschossen zu haben, einige von ihnen im Umland von Kiew. Russische Soldaten sollen bei Geschützfeuern zwischen Kharkiv und Kiew mehr als 70 ukrainische Soldaten getötet haben. Das teilte der für die Region zuständige Verwalter mit. Demnach seien auch viele russische Soldaten und Einwohner getötet worden. All diese Angaben lassen sich allerdings nicht von unabhängiger Seite überprüfen. Und derweil gehen in Russland zunehmend Menschen gegen den Krieg auf die Straße. Insgesamt wurden dabei in mehreren Städten mehr als 6400 Menschen festgenommen. Die Demonstrationen sind mit Verweis auf die Corona-Pandemie nicht erlaubt. Und wir wollen jetzt schalten zu unserem Reporter Christian Wehrschütz vom österreichischen Fernsehen. Sie berichten ja aus Kiew, fahren dort bereits seit Beginn des Krieges aus. Wir sehen jetzt allerdings, Sie sind unterwegs, Herr Wehrschütz. Wo befinden Sie sich jetzt? Sie selbst haben ja die vergangene Nacht in Kiew verbracht. Wie haben Sie denn die Nacht erlebt? Wie nimmt man denn in Kiew, wie nimmt die Bevölkerung in Kiew die Satellitenbilder auf, die ja diesen gigantischen Militärkonvoi zeigen, der sich jetzt auf Kiew zubewegt? Da gibt es ja immer wieder Bilder und Berichte, dass sich die Ukrainer eben unbewaffnet den Russen entgegenstellen wollen, dass sie mit Säcken, mit Sandsäcken, Fenster und Türen ihrer Häuser schützen. Was erleben Sie denn? Wie bereitet man sich in Kiew auf noch mehr Soldaten vor? Sie haben ja schon gesagt, die Versorgungslage, die spitzt sich dramatisch zu. Es gibt kein Benzin mehr. Zumindest an der Tankstelle, wo Sie sich gerade befinden, ist es denn noch möglich, in Kiew einkaufen zu gehen. Und was gibt es denn dann überhaupt noch in den Geschäften? Nun sieht man hinter Ihnen, dass an die Tankstelle trotzdem immer noch Menschen kommen. Was erhoffen die sich? Die Lage in Kiew spitzt sich zu. Dankeschön, Christian Wehrschütz. Herzlichen Dank für diese Information. Und parallel zu den Kämpfen gehen die Bemühungen um eine diplomatische Lösung weiter. Außenministerin Baerbock wird darüber heute in Lodz mit ihrem Amtskollegen aus Polen, Frankreich, Rau und Ledrian beraten. Anschließend reist sie zu einer Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen nach New York weiter. Bundeskanzler Scholz berät in Berlin mit Luxemburgs Premier Bertel sowie EZB-Präsidentin Lagarde. Und wenn Sie den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen in den Nachbarländern helfen möchten, dann können Sie spenden. Und zwar beim Bündnis Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD-Nothilfe-Ukraine Spendenkonto DE53 200 400 600 200 400 600 und natürlich auch online unter spendenkonto-nothilfe.de Kriegsopfern, Geld spenden und für Frieden auf die Straße gehen, das ist ja eine Form der Hilfe, die Menschen in Deutschland für die Ukraine leisten. Einige wiederum wollen ganz konkret mit anpacken und stellen eigene Hilfsaktionen auf die Beine. Sie vernetzen sich online und sammeln das Nötigste wie Lebensmittel und Verbandszeug. Und manche machen sich dann sogar mit Transportern auf die lange Reise an die polnisch-ukrainische Grenze. Ja und mit einem, der weiter sammelt, kann ich jetzt sprechen. Damien Bourdonau ist uns aus Berlin zugeschaltet. Herr Bourdonau, auch Sie haben ja eine private Hilfsaktion gestartet. Wie kamen Sie denn dazu? Und wie können wir uns das vorstellen? Wie organisieren Sie die Hilfe? Jetzt bricht leider gerade der Ton etwas ab zu Ihnen. Hören Sie uns noch? Liebe Zuschauer, da müssen Sie... So, jetzt müsste ich wieder da sein, ne? Jetzt hören wir Sie wieder. Wir wollten von Ihnen gerade gerne wissen, Sie haben ja bereits die ersten Menschen auch nach Berlin geholt. Wer saß denn da im Auto? Welche Geschichten haben Sie von den Menschen gehört? Und Sie werden weiter spenden, sammeln. Ihr Eindruck, woran mangelt es am meisten? Und wenn das jetzt Menschen sehen, die auch helfen möchten, wie kann man sich vernetzen? Wie könnte man sie jetzt auch erreichen? Sie sagen, Sie fahren gleich wieder los. Was motiviert Sie? Damien Bourdonau, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke und Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg jetzt an die Grenze. Und über die aktuelle militärische Lage möchten wir jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten Demian von Osten in Moskau. Es gibt ja Satellitenbilder, die sollen einen riesigen Militärkonvoi zeigen, der nun Richtung Kiew unterwegs ist. Was heißt das? Wie bedrohlich ist das? Es heißt ja bislang, die russischen Truppen, die kommen nicht so schnell voran wie gedacht. Nun hat der türkische Präsident Erdogan auch den Seeweg über den Bosporus blockiert und damit der russischen Schwarzmeerflotte den Weg quasi abgeschnitten. Das hat nun viele verwundert. Wie sind denn die Beziehungen zwischen Erdogan und Russland? Und was bedeutet das für die russische Taktik? Und nun gibt es ja auch noch Spekulationen, dass sich in diese heftigen Kämpfe eben auch noch belarussische Soldaten einmischen könnten. Was bedeutet das? Was würde das bedeuten? Nun gibt es ja Berichte, wir haben es eben gerade gehört, dass es zunehmend auch Widerstand in Russland gegen den Krieg gibt. Wie sieht der denn aus? Und wie sieht es mit der Bevölkerung aus? Spüren die auch schon erste Auswirkungen? Und wie äußert sich da der Widerstand? Demian von Osten, herzlichen Dank für diese Einordnungen direkt aus Moskau. Der russische Angriff auf die Ukraine hat in Deutschland zu einer abrupten Wende in der Verteidigungspolitik geführt. 100 Milliarden Euro zusätzlich soll die Bundeswehr für bessere Ausrüstung und bessere Waffen erhalten. Und Deutschland will nun auch Waffen an die Ukraine liefern. Die Ankündigung von Bundeskanzler Scholz zur Aufrüstung der Bundeswehr hat nicht nur in der breiten Öffentlichkeit viele überrascht, sondern offenbar auch in seiner eigenen Fraktion. Das heißt, die SPD-Bundestagsabgeordneten hätten erst durch die Regierungserklärung des Kanzlers von den Plänen erfahren. SPD-Generalsekretär Kühnert verteidigt das Vorgehen. Der Weltsport hat sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine positioniert und reagiert nun. Keine Fußball-WM-Playoffs für Russland, also auch keine WM. Keine Europa League für Spartak Moskau und womöglich auch keine Paralympics für russische und belarussische Sportler. Die großen internationalen Verbände, die FIFA, die UEFA und auch das IOC sprechen damit nun in einer Sprache. Und wir wollen das Thema vertiefen mit unserem ARD-Sportexperten Robert Kempe. Nun gibt es also die Sanktionen gegen Russland im Sport. Aber das Ganze hat ja nun auch eine ganze Weile gedauert. Wie ist das denn zu werten? Nun geht es ja nicht nur um den Umgang mit den Athleten, sondern eben auch um den Umgang mit vielen hochrangigen russischen Sportfunktionären, die ja hohe Ämter bekleiden. Wie will man das machen? Nun haben ja viele diese Sanktionen über Tage erwartet. Warum steht denn der Sport besonders in der Verantwortung und auch im Fokus in solchen Konflikten? Dankeschön für diese Einordnungen, ARD-Sportexperte Robert Kempe. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Russland setzt Vormarsch auf Kiew fort. Auf US-Satellitenbildern sind hunderte Militärfahrzeuge und Panzer zu sehen. Sie sollen sich der ukrainischen Hauptstadt nähern. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko befinden sich bereits seit Tagen russische Sabotage-Trupps in der Stadt. Präsident Zelensky bringt Flugverbotszone für russische Raketen, Hubschrauber und Kampfflugzeuge über der Ukraine ins Gespräch. Er ließ jedoch offen, wer eine solche Maßnahme durchsetzen solle. Die US-Regierung reagierte ablehnend. Es bestehe die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland. Türkei blockiert Bosporus und die Dardanellen für alle Kriegsschiffe. Präsident Erdogan berief sich auf den Vertrag von Montreux. Demnach kann die Türkei die Durchfahrt der Meerengen in Kriegszeiten einschränken. Ankara hatte den russischen Angriff auf die Ukraine vergangene Woche als schweren Schlag für den Frieden und die Stabilität in der Region verurteilt. Zahl der Corona-Neuinfektionen laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 122.111 Fällen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 1.213 angegeben. Schwere Überschwemmungen im Osten Australiens. Dabei sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Hunderte Bewohner warten immer noch auf den Dächern ihrer Häuser auf Hilfe. Rettungsdienste warnten vor schweren Sturzfluten bei Brisbane. Worausgegangen waren tagelange heftige Regenfälle. Und das Wetter heute im Süden und Osten sonnig. Über dem Westen und Nordwesten im Tagesverlauf Wolkenfelder bis zur Mitte. Nur an der Nordsee etwas Regen bei 3 bis 11 Grad. Die USA gelten als wichtiger Verbündeter der Ukraine. Neben militärischer und finanzieller Hilfe engagieren sich die Vereinigten Staaten auch in der humanitären Hilfe. Unser Brüssel-Korrespondent Markus Preiss hat mit der Leiterin von USAID gesprochen, der US-Behörde für internationale Entwicklung. Der vergangenen Donnerstag hat Russland den Krieg gegen die Ukraine also begonnen. Wir haben schon gesehen, die Invasionstruppen Moskaus, die haben sich nun offenbar in Stellung gebracht für die Eroberung der Hauptstadt Kiew. Aufnahmen des US-Satellitendienstes MEXA zeigen einen mehr als 60 Kilometer langen Militärkonvoi, dessen Spitze nur noch etwa 25 Kilometer vom Zentrum Kiews entfernt ist. Und östlich davon liegt gerade Charkiv schwer unter Beschuss, die zweitgrößte Stadt des Landes. Stark umkämpft sind auch Kherson und Mariupol im Südosten der Ukraine. Den nahegelegenen Badeort Berdiansk haben die russischen Truppen bereits eingenommen. Und einordnen wollen wir das Ganze nun mit meiner NDR-Kollegin Mareike Aden, die selbst lange Zeit als Korrespondentin aus Russland und aus der Ukraine berichtet hat. Mareike, bevor wir gleich auf die Entwicklungen in der Hauptstadt Kiew zu sprechen kommen, müssen wir wohl erst mal auf die Großstadt Charkiv schauen, die ja ebenfalls zielschwerster Angriffe ist, auch heute Nacht wieder. Was ist denn aus Charkiv zu hören? Ja, und was Menschen auch bewegt, ist, dass die russischen Truppen auf dem Vormarsch sind und dass sich ein riesiger Militärkonvoi auf Kiew zubewegt. Was bedeutet das? Und eben auch die Bilder, die wir gerade noch eingeblendet haben von diesem Militärkonvoi, der ein gigantisches Ausmaß hat. Die Bedrohungslage also verschärft sich zunehmend. Deshalb hat ja Präsident Zelensky nun eine Flugverbotszone für alle russischen Hubschrauber und Flugzeuge gefordert. Was bedeutet das denn und wie wird das aufgenommen? Mareike Aden, ganz herzlichen Dank für diese Einordnungen für den Moment. Wir sprechen später weiter. Es sind wohl die umfangreichsten Sanktionen, die der internationale Sport jemals verhängt hat. Nachdem gestern das Internationale Olympische Komitee allen Sportorganisationen den Ausschluss Russlands und Belarus von allen internationalen Wettkämpfen empfohlen hat, setzten die großen Fußballverbände FIFA und UEFA genau diese Empfehlung auch um. Keine Fußball-WM also für Russland, keine Europa League für Spartak Moskau. Ein klares Zeichen des Weltsports gegen den Krieg in der Ukraine. Die deutschen Basketballer haben gestern einen großen Schritt in der WM-Qualifikation gemacht. In Heidelberg gewann die Nationalmannschaft gegen Israel mit 84 zu 80. Mit diesem Sieg hat das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gute Aussichten, die zweite Gruppenphase der Qualifikation zu erreichen. Zum Fußball. Heute Abend startet das Viertelfinale des DFB-Pokals. Union Berlin trifft dabei auf den FC St. Pauli. Zwei Vereine mit einer ganz ähnlichen Geschichte. Lange Zeit im Schatten eines großen Klubs in der jeweiligen Stadt sind sowohl Union als auch St. Pauli derzeit ja dabei, aus eben diesem Schatten herauszutreten. Die Berliner in der Bundesliga, die Hamburger im Aufstiegsrennen der zweiten Liga. Und auch die Türkei hat sich nun in den Ukraine-Krieg eingemischt. Und was viele überrascht hat, nach den russischen Kriegsschiffen, die durch die Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen untersagt. Präsident Erdogan berief sich bei der Entscheidung auf den Vertrag von Montreux. Danach kann die Türkei die Durchfahrt der Meerengen in Kriegszeiten einschränken. Ankara hatte den russischen Militäreinsatz in der vergangenen Woche schon verurteilt und als schweren Schlag für den Frieden und die Stabilität in der Region bezeichnet. Und zugeschaltet ist uns jetzt Reinhard Baumgarten, langjähriger Hörfunk-Korrespondent für die Türkei. Ordnen wir doch erstmal ein, was das bedeutet. Ankara und Moskau sind ja enge wirtschaftliche Partner. Und zuletzt gab es auch militärische Geschäfte. Was heißt denn dieser Schritt nun für die Beziehung? Warum ist denn der Bosporus so wichtig für Russland und die Kriegsführung? Und Präsident Erdogan, der beruft sich ja bei der Entscheidung und auch bei der Sperrung der Meerengen auf den Vertrag von Montreux. Was genau regelt der? Wie kann denn die Türkei das Durchfahrverbot dann durchsetzen? Welche Rolle spielt denn die Türkei überhaupt in diesem aktuellen Konflikt und wie sind die Beziehungen zur Ukraine? Dankeschön für diese Einordnungen, Reinhard Baumgarten. Die in der Schweiz ansässige Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 hat angekündigt, allen Angestellten zu kündigen. 140 Mitarbeiter seien davon betroffen, sagte der Schweizer Wirtschaftsminister Parmelin. Nord Stream 2 ist eine Tochtergesellschaft des russischen Gaskonzerns Gazprom, die durch die Ostsee verlegte Pipeline sollte Gas nach Deutschland liefern. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte die Bundesregierung das Projekt aber vergangene Woche erst mal auf Eis gelegt. Und die Erdgasversorgung in Deutschland ist ja eng verknüpft mit Russland. Rund ein Viertel der hiesigen Gasspeicher gehören dem russischen Staatskonzern Gazprom und zu Beginn des Winters waren diese Speicher nicht so gut gefüllt wie in den vergangenen Jahren. Warum? Darüber wird gestritten. Im Westen wird befürchtet, Moskau nehme politischen Einfluss auf die Gaslieferungen und dass die Versorgung sich wegen der EU-Sanktionen noch verschlechtern könnte. Flüssiggas, auch LNG genannt, soll Deutschland unabhängiger von Russland machen. Doch diese Technik ist umstritten und die Infrastruktur dafür muss erst noch gebaut werden. Kiew steht also schwer unter Beschuss. Und verbunden bin ich jetzt mit der Journalistin Anna Kostucchenko im umkämpften Kiew. Erstmal die Frage, wie geht es Ihnen und wie ist gerade jetzt im Moment die Lage in der Stadt? Es sollen ja gerade sehr viele russische Panzer auf Kiew zurollen. Das haben Sie sicherlich schon mitbekommen. Was befürchten Sie? Wie bereitet man sich denn in Kiew auf die weiteren Angriffe vor? Es gibt ja Bilder von Einwohnern, die zum Beispiel mit Sandsäcken ihre Türen und Fenster schützen. Wie ist das bei Ihnen? Wie haben Sie sich selbst geschützt in Ihrer Wohnung? Wie ist denn die Versorgung? Können Sie noch einkaufen? Haben die Geschäfte offen? Wie kann man sich das vorstellen? Das sieht so wie ein normales Leben aus, ja. Gehen Sie denn tagsüber überhaupt auf die Straße oder bleiben Sie in Ihrer Wohnung? Nun gibt es ja viele Menschen, die die Stadt verlassen wollen. Wie ist das bei Ihnen? Wollen Sie weiterhin ausharren in Kiew? Oder haben Sie auch mit dem Gedanken gespielt, Kiew zu verlassen? Und was befürchten Sie, wenn jetzt dieser Militärkonvoi, diese vielen, vielen Panzer in die Stadt eindringen? Was ist dann zu befürchten? Frau Kostoschenko, ganz herzlichen Dank und alles Gute nach Kiew. Alles Gute, vielen Dank. Vielen Dank. Und wir schauen aufs Wetter. Heute im Süden und im Osten gibt es ja viel Sonnenschein. Teils breiten sich auch Wolkenfelder aus, wie es über die kommenden Tage wird. Das weiß mein Kollege Tim Frühling aus unserer Wetterredaktion in Frankfurt am Main. Und soweit also die aktuelle Lage in der Ukraine. Liebe Zuschauer, hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Mittagsmagazin. Und wir sind dann natürlich ab 14 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin. Das war's Wetterredaktion in Frankfurt am Main.